Was kann man denn da noch sagen? Da ist man sprachlos, da muss man nichts sagen, das muss man einfach angucken, genießen. Diana, ich verneige mich von dir, das ist unglaublich, 14 Jahre alt ich. Oh Gott, ich habe auch das Gefühl irgendwie, ich verstehe das leider nicht, aber dass es vielleicht irgendwie um die Natur geht, wie so eine Waldfee oder sowas. Vielleicht könnt ihr mir das ein bisschen erklären, worum das geht. Das klingt so mystisch, so diese Stimme, das ist... Urteilt selbst, mir hat es unheimlich gut gefallen. Ich hoffe euch...